Ich habe wieder ihn vergessen, das war mir schon klar. Jetzt haben wir halt den Bastard noch, ne? Ich habe noch mal. Danke Unforgivable Schau mal, was ihr Daddy kann Der hat irgendwas, was er auslösen kann, aber ich weiß nicht was Schau mal, was passiert Ich erinnere nichts Das Schaue auf deinem Gesicht Ist es Angst oder Angst? Oh 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 Hä Er hat überlebt Ja geil, alter Junge, das war Das war geil Der kann zurückschlagen Ivy Vater I've not seen you since we were at the Brodian border That was our farewell In this life, at least It need not be Oh, der kann zurückschleudern Null halt Oh, oh, das hat richtig wehgetan Oh, und wie schaut's damit aus? Ja, wer ist jetzt meine kleine Bötsche? Give in to your impulses Emblem Leaf Lord Sombron is limitless I was right in my actions Oh, 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 oh Das ist nur der Oh, er zieht mir nicht mal was ab Ich dachte, der geht jetzt voll ab Oder so Crit, 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 Crit Oh Aber er hat jetzt auch die Axte ausgerüstet, ne? Das heißt, er kann gar nicht zurückschlagen, der Penner Oh nein, die killt noch der jetzt Ich kann nicht das... Ist das? Der Moment, in der ich in den Fell-Dragon, mein Geid war gespuckt. Ivy, Nortensia, ich bin entschuldig. Ich weiß, dass ich beide liebe ich. Ich liebe dich beide. Elugia ist deinem, um zu führen. Und deinem, um zu sehen. Ah, das ist sehr gut. Mach jetzt keinen Crit. Warte, der greift zweimal an mich an? Aber sie überlebt, das passt schon mal. Warte, er darf zuerst. Elfenflug. Er darf zuerst. Feuer. Er darf zuerst. Nachdem ich ein Penner. Dann im Elfenlicht. Hortensia. Vater, ich habe dich missen. Ich wollte dich so schlecht sehen. Ich war so schade, seit du stirbst. Dann, liebe Frau, folgt mich. Kill deine Freunde und bringe mir ihre Ring. Nein, ich will nicht. Ich will leben mit meinem Vater, der wundere König von Elugia. Mein realer Vater, bevor der Felldragons ihn verraten. Und ihn. Good-bye, Vater. Ich bin froh, dass wir nicht mehr Zeit haben. Ich liebe dich. Soon, das Ganze wird alles vorbei, okay? Soon, du kannst dich resten. Ich kann das nicht akzeptieren. Das. Das hatten wir ja schon, ja. Okay. Warte, warte, warte. Oh, Scheiße. Dann, ich bin froh. Ich bin froh. Das ist passiert. Wie Liberation dich ätze. Trommst du gut. Ja, danke für das. So, jetzt schauen wir mal, ob die Ding kommen. Oh, sie kommt wirklich, oh mein Gott. Ein neues Spiel. Ich werde es genießen. Kannst du deinen alten Freund, Marth? Äh, da hättest du ein, zwei, der links angreifen müssen. Dreimal! Obskurrisch. Wie sie halt schon nicht in den Ding angreifen wollte, die Sau. Ja, die hat Purgative dabei, ne? War da noch einer? Oh ja, da oben links ist noch einer. Pfff, das wird jetzt funny hier. Boah, das wird echt viel abziehen, Mann. Aber wenn sie einen Crit macht, kriege ich sie vielleicht weg. Yes, komm schon. Mach die 43, yes. Das kann ja jeder erzählen. Jetzt will ich was ausprobieren. Ähm... Jetzt will ich was ausprobieren. Warten. 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 Luate mir deine Kraft. Das müsste ich doch eigentlich alle für einen. Das reicht nicht mal, ne? Korbschaden mal vier und dann... Ne, dann müssen wir erst anderweitig. Die haut aber auch ganz schön rein, ey. So, jetzt darf er aber. Bündnis. 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 Ja. Ich dachte, ihn sehen würde, dass du schreit. Wir sind Freunde, nachher. Oh. Aber wir hatten eine Ausfall, nicht wahr? Der andere Bein muss einfach hart gebrochen sein. Oh. Ich versuche mein Glück. Ich werde das beginnen. Nein, nein. Alles klar. Nichts. Gott, jetzt. Das ist ein Problem. Wie kann das passieren? Ich versuche, du wirst nicht unsere nächste Beine überleben. Oh. Verdammt. Ich versuche, den Ring we gave Hyacinth. Sie hat ihn gespürt. Wir müssen uns die anderen zu retten. Wir müssen sie auf den Land. Ich nehme den Ring der Hero-Kin. Ich nehme den Ring der Hero-Kin. Komm, meine Frau. Wir müssen hurry. Ist etwas passiert? Sie sind aber normal. Zephia? Gib mir einen Ring. Was planst du? Just mach es. Das ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß, das. Was? Ich weiß, das war. Das war's. Das war's. Aber warum? Ich weiß, du kannst mich nicht verabschiedern. Für all die Dinge, ich habe getan. Was ist das? Was ist das? Du schuldig! Verste! 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 Ich weiß, dass du nie wieder wundernst. Mavir, schau mal an die anderen Ring. Entstanden. Die Ring der Heiligen Night. Danke, Veil. Emblem Sigurd, Emblem Leif. Ich bin glücklich, Sie sind zurück. Ich bin ich. Entschuldigung, dass ich mich nicht zu retten, dass du in der Cathedral verletzt hast. All diese Zeit, in meinem besonderes Bewusstsein, ich dachte, dass du und ich noch nie wieder treffen würde. Sigurd, das war meine Schuld, nicht deine Schuld. Wie du gesehen hast, Sie haben sich verletzt, Vail's mind und benutzt sie als ein Paar. Mit Sombron's Bewegung limited, es ist sie, die er auswählen will. Ich verstehe. Ja, lass uns das Stadt. Dankeschön, alle. Ich empfehle es. Sei sicher, Veil. Wau mal, jetzt gibt es hier mal einen kurzen Break. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So. So, 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 so. Äh, wie konnte ich das? Hey. Gibt ich die Map so weg? Oh Gott, da oben steht es doch. Wen haben wir jetzt hier eigentlich als Laberer? Diamant? Wir werden gerettet. Wir mögen so viel verloren, wie gerettet haben. Das ist noch schwer zu sagen. Ja, wir haben sie überhaupt gerettet. Das ist schon mal gut. Seltsam, die auszusprechen, aber ich glaube, mein Vater so zu sehen half mir, einen Abschluss zu finden. Leb wohl, Vater. Diesmal auf immer. Naja, du musst ihn ausradieren. Kann ich mich ansehen. Und Mutter wird da schudert sein, wenn sie davon erfährt. Also, ich weiß ja nicht, was sich für Königreich führt, aber ich soll es ja schon lange erfahren haben. Hm. Lange dauernd, diesen Ort wieder aufzubauen. Aber ich werde, wir schaffen es, dass er genauso zaubert wird, wie vorher. Ich möchte weinen, aber Tränen bringen uns diesen Ort nicht zurück. Das verlangt harte Arbeit. Das hat mich jetzt so komplett aus dem Konzept geschmissen, ey. Okay. Also, wir müssen jetzt dann die Frahn und unseren... Aliar. Hat er Aliar geheißen? Ich habe keine Ahnung mehr. Äh. Oben sind die Hühnchen, oder? Warte mal, da ist noch wer. Bist der auch von hier? Ah ja, stimmt. Vor der anderen. Ah, war eins so bezaubernd, wie aus einem Märchen. Und nun seht ihn euch an. Ihr habt aber schlechte Märchen, ey. So schön schaut der Ort jetzt auch nicht aus. Uff. Die Feuer wurden gelöscht. Doch was ist... Doch was in sich gefahren, solche Dinge zu tun? Ja, er sammelt ja alles automatisch ein. Ah, warte, 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 warte. Warte mal, wenn die Viecher noch abholen. Was bist denn du? Blöde Katze. Ja, ja, ja. Schau, dass du mit Eis steigst. Es fühlt sich gerade an, wie wenn hier die Musik fehlt. Aber warte mal, vielleicht fehlt sie absichtlich. Weil das hier jetzt nun mal gerade kein Happy Ending ist. Möwe. Möwe. Eisenbahren. Da ist noch eine Katze. Die kann mich mal... Stimmt, wir sollten sie einsammeln. Ist aber wahnsinnig gut. Jetzt sind wir mal durch. Aufbrechen. Somniel. Ich bläb'n Roy, ein Adeliger aus dem Hause Ferrai, der auf dem Kontinent Elible in einer anderen Welt lebt. Träger des Schwerts Bindungen Blade. Ne, Binding Blade. Bindungen Blade, ja. Wenn er jetzt als Schwerts Bindungen Blade. Staffel Tickets. So, ähm. Somniel Karte. Ringkammer, Arena, Zentralplatz. Warte mal, konnte ich die einfach... ...hier upgraden? Klassenwechsel. Wörmgott. AW auf 46, 49 Crit Anwendung, 10. Ja, stark. Auf jeden Fall sieht er jetzt ein bisschen fenziger aus wie vorher. Alter, voll fenziger. Das Ding auf der Stirn stört mich. Dann haben wir sieben, zehn, zwanzig. Warte mal, er ist auf 21? Ne, du bist schon eine S-Klasse, ne? Kampfmeister... Kampfmeister können wir bloß aus. Erfahrene Mönche, die in den Kampfkunst bewandert sind. Überragende Nachkämpfer und Heiler. Weite Heilung mit Level 5 gelernt. Schön, schön. Auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit vom Wörmgott. Ja, wenn das einzige ist, was sie stört. So. Was nehme ich nur? Ich will alles göttlicher. Könnt ihr mir für etwas auswählen? Das tut doch das scheiß selber aus. Warte mal. Du hast doch die Stäbe. Oder habe ich nicht so einen Stab wahrscheinlich schon? Ne, er hat gar keine Stäbe. Hast du die Stäbe? Oh ja, nach links waren Stäbe. Ich sehe sie auch am Ding. Flamme Purgative. Erholung. Enorme Menge KP eines Verbündeten wieder her. Alle Verbündeten KP. Da muss ich neben einem wahrscheinlich sein, ne? Achso, Anwendungen. Zehn. Sechs Stück hat er nur. Wie viel habe ich? Ich danke dir. Ich kaufe mir jetzt einen. Komm wieder. Jetzt muss man eh mal schauen. Epileme. Live. Rittertode und Meisteraxt. Die geht die Verteidigung hoch. Macht. Sigurd. Ich bin bereit. Die Hortensia hat er bloß einen von den Kleinen. Gehen wir ihr denn live? Was ist der? Großes Ego. Waffenschildanpassungsfähigkeit vierfach Treffers. Mit einer Axt. Oh, wäre das denn etwas für die? Für die Jade? Sir Leif, leave it to me. Sir Leif, leave it to me. Okay, der war geil, Alter. Entschuldigung, aber das fand ich jetzt so super. Sir Leif, leave it to me. Zeig auf dem Loch zu legen. Dann haben wir irgendwen, der dem. Verteidigung, Geschicklichkeit, 20 Behändlichkeit. Kampfwerte. Ausweichen. 44. Da geht es auf 46 hoch. Oh, warte mal. Habe ich mit ihm ein Gespräch? Hello. Nichts kann wandern, der Gedanken so sehr ordnen wie ein gemütlicher Spaziergang, nicht wahr? Er wirkt relativ entspannt, finde es, dass das eigentlich so ein... Was ist das, was du machst, Zelkow? Hallo, Divine One. Ich melde Wax, mit dem ich Kandeln produzieren werde. Oh, wow. Ist Kandeln ein Hobby von dir? Du kannst es so nennen. Ich denke, dass ich es so nennen möchte, als eine Pursuit, durch die Zeit zu töten. Töten... Zeit? Naja, er ist ein Assassiner-Dieb. Naja, einige sagen, dass du Zeit töten, bis Zeit dich töten. Das ist meine Philosophie. Okay. Warte, wozu der Schlüssel eigentlich? Ich hatte keine Ahnung, dass du so ein profonder Erinnerst bist, Zelkow. Ha. Nicht überhaupt. Ich kann es auch nennen, in einer Art von dir zu sagen, aber es ist es nicht so, dass das eigentlich so. Es ist einfach eine Art von Killingen, einer Eindel-Amusung, nichts mehr. Wow. Was ist es? Ihr Augen sind mit einer der Lust auf eine sehr curiousen Zwischenzeit? Ich denke, ich finde einfach dein Aufmerksamkeit. Es ist eine ganz neue Perspektive für mich. Manchmal fühlt es sich, dass du viele Dinge weißt, die ich nicht weiß. Du bist interessant. Vielleicht nächste Mal, wenn wir sprechen, ich zeige dir ein interessantes Ort. Jetzt bin ich interessiert. Ich werde die Natur an dem Zeitpunkt eine Überraschung halten. Okay, ich freue mich auf ihn. Enzyklopädie, Unterstützung. Wow. Ach stimmt, die wollten da campen gehen. Siehst du, Prinzessin Ivy? Ich wusste, dass du Spaß hast. Mit all dem Respekt, Vier Herrin. Deine König der Observation brauchen Arbeit. Schau mich an. HFC B gangster. I'm in the presence of foreign royalty, yet I can't master myself enough to stop shaking. I am, to vastly understate the matter, not enjoying this. Oh, whoa. You are shaking. Are you cold? I can throw more logs on the fire. No. It is not the cold. Ah. I am shaking because I am afraid. Huh? Ach so, ja, stimmt. Sorry, sorry, but singing might make you feel a little less scared. Why not try it? Oh, V. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Mann. Wie geil, Alter. Wie Jade und Seedal. Oh, mit ihm? Das ist interessant. Ich weiß nicht, Seedal. Was ist mit dem Begrüßt? Das war nicht Teil der Begrüßt, Frau Tamera. Du hast deine Begrüßt. Ja, nein. Ich schreibe hier ein Blank. Der Begrüßt war, dass du deine Spezialitäten in mir nicht würdest. Ich schreibe hier ein Blank. Du hast deine Begrüßt. Deine Begrüßt haben viel mehr Flavor als jede Begrüßt. Du sprachst. Oh, das hört sich eine Belle an, wenn du es erwähnt. Was etwas über... Big Flavors ist eine große Distraction? Uh, meine Roast, meistens? Du sprachst, dass du nicht cook deine Begrüßt neben mir. Aber hier bist du. Du und dein Fleisch. Was? Alles, was ich zu essen ist, ist vor allem für meine Begrüßt. Nun, ich will das in meine Begrüßt. Oh, sicher. Hab an es. Ah! Spirit of the Cards, cast your Divine Light, und zeig mir, wie ich das Dämon der Begrüßt. Dämon? Ich habe versucht, zu sein. Du bist sehr polig. Wenn es dich so sehr interessiert, dann darfst du nicht weg, und lass mich zu essen essen. Oh, ich werde gut gehen. Far, far, far weg. Wenn du das Trial schlägst, wirst du sehen. Moonen und Stars, ich versuche dich, zu verme, von dieser Meadie Temptation. Yeesh! That was weird. Hahaha. Ah, because... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020